Das kommende Album von Ronja Forcher trägt den Titel Meine Reise. Das Album erscheint voraussichtlich am 8. April über das Label Elektrola. Alle weiteren Informationen zu diesem Release, die Vorbestellungslinks und die Tracklist findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr auch in Zukunft immer über neue Veröffentlichungen informiert werden wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt.